Hallo und herzlich willkommen. So gelingen Zimfsterne ganz leicht. Das ganze Rezept schreibe ich euch noch mal in die Infobox unter das Video. Und jetzt zeige ich euch die Anleitung, wie ich sie zubereitet habe. Zimfsterne dürfen an Weihnachten nicht fehlen, wie ich finde. Sie sehen gut aus und versüßen die Weihnachtszeit. In eine Schüssel werden 250 g gemahlene Haselnüsse gefüllt, 200 g gemahlene Mandeln, 250 g Puderzucker, zwei Eiweiße, nach beliebem Zimt, ich habe zwei Teelöffel genommen, und noch zwei Tropfen Rumlikör oder, wer möchte, Mandellikör. Rum geht aber auch. Dann das ganze entweder mit der Hand kneten oder mit dem Knethaken. Ich habe beides gemacht, da meine Hand nicht so will, wie ich will. Und dann sollte es am Ende so aussehen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Zuckerklasur herstellen aus Puderzucker und Wasser. Wer mag, kann auch Eischnee herstellen. Der Teig wird etwa 1 cm hoch ausgerollt und Sterne werden ausgestochen. Das ganze so lange machen, bis der ganze Teig verarbeitet ist. Die Sterne kommen in den Backofen. 150 Grad oberen Unterhitze für etwa 5 bis 10 Minuten. Sterne nach dem Auskühlen mit der Zuckerklasur bestreichen. Und ich habe da noch so kleine Lebkuchenmännchen auf die Zimtssterne gelegt. Ist natürlich optional. Und auf einen anderen Teil der Sterne habe ich in die Zuckerklasur noch ein bisschen Glitzer reingestreut. Dabei handelt es sich um essbaren Glitzer. Einmal in Silber und einmal in Rosa. Das ist aber wirklich kein Muss. Das kann jeder so machen, wie er mag. Um kein Video zu verpassen, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.